Hast du das gesehen aus? Was? Das ist gut, ja. Ja, so kann man auch gut spazieren fahren, ne? Ach, warte an das Laufen. Das gibt's ja nicht, ja? Das ist doch auch nicht. Ich kenne doch den deutschen Tierpark, wenn wir durch Rosenhagen fährst. Hast du die wohl auch drauf sitzen? Och, schade, ich bin ein bisschen lang gehofft.